1972, am 16. Mai, genau vor 42,5 Jahren, in Kategorien. Da habe ich gearbeitet hier unter der Schank, wo das Café ausgehört hat, hat meine Mutter damals gehört und da sind Freundinnen hier gesessen, drei Freundinnen und bin hin und wieder zum Tisch gegangen, während ich gearbeitet habe, bis zum Tisch und sind dann zu mir gesagt, die Freundinnen, du, der Weibel sitzt da. Ich habe mich hinter der Zeitung versteckt, weil Susanne war ja damals die schönste Frau von Wien, laut Bürgermeister Zilk. Weil wenn jemand das beurteilen kann, wäre es ja eine schöne Wienerin, ist klarerweise die Zuständigkeit von einem Bürgermeister mehr. Und der Bürgermeister ist auch die schönste Frau von Wien und klarerweise vor so viel Glanz muss ich mich natürlich schützen, weil man sieht die Schöne an einer Frau, wie die Ausschützung des Glanzes, sonst habe ich mich hinter der großen Zeit versteckt, jeden Wien habe ich sogar geschaut, auch auf diese schöne Frau, aber ihre Freundinnen haben mich entdeckt. Ich habe ja gearbeitet und ich habe mich gesagt, das war die Christine Dörtnig, die hat auch einen lokalen Ring gehabt und war in der Kunstszene und dann war es nicht verabschieden, das war, du hast eigentlich gewartet bis zur Sperrstunde und dann haben wir gesagt, wir sind schon rausgegangen, weil ja schon eine Sperrstunde war, haben wir gesagt, die Christine hat gesagt, die Weibel nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir gesagt, nein, komm jetzt, haben wir dich gefragt, die drei Freundinnen, und die Weibel kommen sie noch mit uns auf einen Ring. Ich war nicht zu schüchten, dass ich Frauen anspreche, Gott sei Dank haben dann diese drei Frauen mich angesprochen, und da haben sie mitgenommen in das Lokal Chattanooga. Chattanooga am Graf. Und das habe ich dann schon gelernt als 16-Jähriger, ein Vortrag bei einer Frau über Satra, sei denn das nichts, ist nicht ganz so gut, wie der Vortrag mit der Gitarre, man sieht das für ein Lied, das habe ich schon in 16 Jahren bemerkt. Da habe ich mich dann im Chattanooga auf die Bühne geschwungen, habe den Musiker gesagt, das sind die und die Melodie angeschrieben, und ich habe dort angefangen an den Lied zu singen, mit Text frisch gewidmet und geändert an die Susanne Wittmann. Da habe ich einen guten Eindruck gemacht, einen guten Eindruck. In den Jahren 72 war das Kalki Kör für mich enorm wichtig, weil ich hatte damals nur gewohnt, die Gemeinde Wien hat ein System, die ist eine Gemeinde gebaut, und ganz nach oben sind die Waschhüchen für allgemeine Benutzung. Aber dann in den 16 Jahren haben wir dann die Leute eine eigene Waschhüchen gehabt, das waren diese Waschhüchen frei. Das heißt, das war ein Raum von, sagen wir mal, vielleicht 5 oder 10 Quadratmeter, das war meine Wohnung. Ja, das war unten zu der Gemeinde. Ja, das weiß ich immer noch nicht. Ich hatte sie ja schon befreut, die Kante. Ja, war von Ossi Wien aus, das ist gekommen. Dann jedenfalls war da noch Klang, war noch das Wasser und Gang, also war Gang und das Klo auch noch Gang. Und da habe ich mit ihr dann in diesem winzigen Raum mit der schönsten Frau Wiens zwei Jahre gerettet. Meine Mutter hat mich hinausgeschmissen, und wir hatten ja nicht so Geld in dem Sinn. Und war das Kaffee Korp wahnsinnig wichtig, weil da konnte ich daherkommen, wenn die Mutter nicht da war, eine Kleinigkeit zumindest im Essen, aber wenn die Mutter da war, hat sie immer geschaut, haben sie auch boniert. Wenn ich ein Kaffee gebrungen habe, hat die Mutter mit den Adelsauen geschaut, ob ich ja nicht ein Kaffee gratis trinke, sondern die Mutter hat immer kontrolliert an Ober. Also insgesamt war das Kaffee überhaupt lange Jahre eine zweite Wohnung. Na ja, und dann haben wir ja auch so angefangen, gemeinsame Projekte zu machen. Also, ich glaube, das Erste war die Hausmusik, die Musik vom Zykern. Also, nachdem du ja auch schauspielen warst, habe ich dir dann in meine Projekte eingespannt, oder auch für sie einen berühmten Film und sie bei den Gegner 76 für Susanne auch da geschrieben. Und der Wale-Expert hat dann mit mir zusammen Regie gemacht. Und das war eine Katastrophe. Das ist große Freude, dass sie was gemacht hat, was ich hoch anrechne. Sie ist ja eine selbstständige Unternehmerin geworden, weil ja berühmte Schauspieler, das Foto wird, das sind klassische weibliche Rollen. Aber dass sie sehr früh, schon in den Ende der 80er-Jahre, angewandt hat, diese Lokal umzutauschen, um so einen Erfolg-Lokal zu machen. Das war eben die Transformation in einen Ort Szene-Lokal, in ein Kult-Lokal, in ein Künstler-Lokal. Sie hat dann unten diese Lounge entwickelt, das war vorher eine... Art Lounge. Die Art Lounge. Die Art Lounge. Die Kegelbahn, genau. Hat Künstler mitzumachen, ja. Und dann gibt es jetzt da und Veranstaltungen. Mir war das sogar ein bisschen Unrecht. Ich wollte lieber ein ruhiges Gefährdhaus haben. Dass hier so ein wahnsinnig bunter Umschlagplatz wird. Jeden Tag Konzerte sind in der Leserung. Aber wir sind sogar zu viel. Wer wenig kennt, kennt die Welt nicht. Das ist ein bekannten Wiener Satz. Da haben wir dazu gefühlt, das Korblich kennt, kennt wir nicht. Das heißt, der Faktor, wer das Korblich kennt, kennt die Welt nicht. Und das Café Corp ist ja gewissermaßen der Inbegriff auch im Ausland. Für die Wiener... New York Times hat geschrieben, auch nur den besten Apfelstrudel der Stadt. Und wenn man hierher geht, braucht man überhaupt nicht mehr woanders hingehen, weil es der beste Apfelstrudel ist. Nicht der Stadt, wo der ganze Leben ist der. New York Times. Es ist immer noch das, was ein Café sein sollte. Nicht nur kulinarisch war, sondern auch eine inter-etäler-Warte. Das macht das Café Corp aus. Und wir sind ja der lebende Beweis, dass gewissermaßen Caféhäuser das Leben verändern können. Man lernt sich die Caféhäuser kennen. Dann schließt nachher den Punkt fürs Leben. Das Caféhaus ist gewissermaßen ein Hofstumsverlaufort. Man kann dann immer den Mann oder die Frau des Lebens treffen. Und insofern muss man die Caféhäuskultur hoch kultivieren. Wegen dieser Chancen, die das Caféhaus bietet. Seitdem liebst du so ein Caféhaus. Aber ich bin einmal gegangen und es hat genügt. Es geht kein anderer Caféhäuser mehr. Und ich bin einmal in der Nähehäuser auch in der Nähehäuser. Und ich bin einmal bei der Nähehäuser von der Nähehäuser von der Nähehäuser zu haben. Vielen Dank.